assalamu alaikum meine lieben i don't know what is going on here kommt rein kinder das ist ja krass kommt kommt also ich hab schon gewusst komm prinz jetzt komm das ist der könig auf den er braucht eine extra einladung also ne mach Mut you destroy us ja der muss das sauber machen weil die Annab die Traube die wächst schon hier rüber deswegen all up oh mach Mut Edaya mach Mut Muschkilla uente amelt Kullu assalamu alaikum alles kaputt and your face is full of trap and you make up I don't get the cosa what you say so I make just fasulya or rose was sayed mischgayna harda sayed bara ahu mach Mut we have a man alifika here ich muss schnell nach den Enteneiern gucken ja ich war heute morgen schon um sechs da upsala da war das alles noch nett so umgeflogen ja ich muss schnell die Eier zudecken bevor die Raben kommen ja ihr habt immer noch kein Ding guck mal ja Baby ja die Kieke Eier super wie viele Eier sind es also zwei vier sechs acht zehn elf nur elf nur eins heute gelegt also elf auch besser gut zumachen diese Raben so jetzt haben wir elf Eier Marschi und ihr klotzt kriegt immer was ja ihr kriegt den Rest da oben hin als Schattenplatz gah wo ist denn die Kuh steht draußen ha Baby die Kuh ist hier und ich frage wo ist die Kuh hei den ich brauche Brille so Leute bin gerade am Tomatensauce kochen die Not die Bohnen sind schon gekocht die Rindfleischsuppe kocht jetzt muss ich noch Reis machen dann mische ich alles zusammen und fertig gell Prinz hei den komm wir hocken uns mal leih hei oh guck mal wie viel am Boden liegt das ist eine Freude heute für euch oi guck mal wie er sich sonnt ja gib mir mehr von den anderen komm Prinz komm Habibi hei den Nei der braucht immer ewig jetzt haben wir aber hier Sauerei ja ja wir von Dunja nicht hergeben die brauchen wir ne die brauchen wir vielleicht auch bei der Schwiegermutter im Stall gucken ob die noch irgendwie was braucht schattenmäßig ja so alles gut ja ich muss hier mal nachschauen weil wir haben nämlich einmal Licht an ein Taubenbaby und diese Ratten sind unmöglich ob es noch da ist oder ist sie schon weg gefressen ne die ist noch da also die hockt noch das heißt das Baby ist noch da ja wir hatten zwei aber die Ratten sind wieder gekommen hier ja ist es wieder aufgegraben ne aber da guck da unten haben sie es aufgemacht ja schlimm ganz schlimm hockt hier ein Tier neu keiner im Stall ja Guru 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 im Winter legen die nicht so Eier deswegen also ich möchte dieses Zimmer als Hasenzimmer machen by the way genau dann kommen alle Tauben raus und hier machen wir wieder Beton dass es ebenerdig ist und weiter hoch dass hier keine Ratten kommen hier wird alles zugemacht ich will kein einziges Loch hier sehen da auch dass keine Ratte reinkommt hier auch alles zu das wird er wohl hinkriegen mein Mann hier alles mit Beton im Winter und dann können wir hier nämlich ein neues Zimmer machen für die Weibchen dann können die das ist größer oder die die Babygruppe hier laufen lassen ähm und die Weibchen dann offen lassen wir werden sehen was wir machen oder andersrum auf jeden Fall brauchen wir den Platz guck mal die freut sich frisst uns die Dinger ihr sitzt wieder sind alle Babys drin heute morgen bald schon war alles gut hab die kleine Maus ihr Milch gegeben meine Hazel die rote der schläft schon wieder der Kerle und bei ihr angelegt da eine halbe Stunde saß ich hier da an der Eck gell Habibi ja hä hat das die Augen auf oder bin ich jetzt blind ne ne kann doch oder kann schon sein ne blalalala mach geh weg ah nee 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 das war nicht das Auge guck mal da ist die kleine Hazel wie die schlafen die träumen ja die hören mich net die Auge die Ohren sind noch zu bss 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 hörst du was der Kerl ne die träumen ja und der Schnuddel träumt auch guck mal der träumt hinter dem Teller hat sich schön zugedeckt mit dem Teller Habibi, was machst du da? Da ist der Popo, da ist der Kopf. Mal gucken, was mein Mann hier treibt, weil der schon lange nicht da war. Der hat gesagt, der räumt mir den Stall auf. Aber dass es so aussieht, habe ich mir nicht vorgestellt. Das Problem ist ja auch, dass es dann wieder nass wird. Keine Ahnung. Wenn der Nil steigt. Gut, jetzt holt er mir erst mal Zucchini, dann kann ich da wieder. Oh, Baby, frisch du das? Das ist doch für die Straßenkatzen. Ihr habt doch hier drinnen. Ja, wie checken die das nicht, dass sie da hin müssen? Ach, du checkst das? Super. Ah ja, Bambus, super. Ah, das sind die Äpfel, genau. Die habe ich hingetan zum Trocknen, weil die waren nass. Die hat jemand ins Wasser getan. Möchte ich gerne den Hasen geben. Und da eure Gurken. Ihr habt schon geschlafen heute Morgen, genau. Konnte ich euch nicht geben. Hier, deine Gurke am frühen Morgen. Na ja, gut, jetzt ist schon 9 Uhr. Gell? Ja, habe ich vergessen. Und wo ist mein Feldhaar? Da ist er nicht. Kriegt er auch ein bisschen. Na, Teddy Kornwolf. Bist du hier? Ajoa, Habibi, guck. Uah, sorry. Apfel ins Gesicht. Ja. Das ist für die Schwangeren. Gell? Miau. Hier, und die Kosmatik guckt zu. Da steht sie auf dem Stab drauf. Ja. Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Hast du vielleicht zufällig Babys gekriegt? Oh nein. Kann man ja trotzdem mal gucken gehen. Guck mal hier. Da gefällt es dir. Ja, da kommen Fliegen vorbei. Und Spinnen und Eierhäge. Irgendwas wird sie schon fangen. Guck mal da. Fliegen am Blatt. Upsala. Ja, und hier tue ich das dann immer einmal am Tag besprühen. Dann kann sie nämlich Wasser von den Blättern trinken. So ist der Plan. Das ist ein bisschen blöd hier. Ich versuche das mal da hin. Geht das besser dann? Bismillah. Ja, so ist es besser. Guck, Sola. Na, hast du Babys? Bestimmt nicht. Kann ich ja mal gucken. Ne, klar nicht. Hier versteckt sie sich auch immer genau. Die Mause. Guck mal, das Ohr wie immer. Haben wir hier Babys. Neu. Ja, die schläft hier im Eck. Da könnt ihr mal gucken. Die Kiki, alle sitzen drumherum. Und denen gefällt der Stamm hier. Haben wir neu rein. Gell, Kiki? Das ist die Mimi. Hey Mimi. Ich komme nicht mehr so oft zu euch, gell. Ne, ist schon scheu geworden. Aber wenn man einen Lecker hat, kommt sie sofort auf die Hand. Wenn man was zu essen hat. Ne, Kiki? Habibti. Haben wir da? Ja, heute gab es Sonnenblumen, gell? Ja. Kiwi. Ja. Ah, tust du mich beißen? Komm. Nicht beißen, Habibti. Nicht beißen. Irgendwann musst du doch mal zahm werden. Nicht beißen. Ah ja. Na gut. Fertig. Gehen wir wieder. So, könnt ihr mal sehen, wir haben den Ring von der Mause sind wir am reparieren. Da. Oha. So, Mittagsschlaf beendet. Wir haben den Ring von der Mause endlich gemacht. Hey Prinz, seid ihr goldig? Kommt ihr zur Mami? Hallo. Hallo, die kleinen Mäuse. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier gemacht haben. Ich guck mal von hier. Ah. Die Hühner sind draußen. Wäsche hängt. Super, sah? Ja, guck mal mal. Ne? Ja, komm, ich will gleich wieder die Terrasse kehren. Heute nehme ich euch mit zum Jumbas, zum Gymnastik. Das heißt Jumbas auf ägyptisch. Mausi hat einen neuen Kurs. Guck mal, da haben sie Kaffee getrunken, die Herrschaften. Und meine Schoße sind nass. Oh nein, ist das eklig. Ich habe schon meine Robe an. Wenn ich... Ich wollte noch kurz ein Video machen. Paris. Hallo. Tigi Wigi. Ayua. Fenak. Der Pilz. Ah, you're sitting... Uh, here also. Wow. Assalamu alaikum. Das ist die zweite Frau. Aha. Mahmoud terbte nach Arda. Hau amelt Kullu. Wie Mahmoud? Guck mal. Cool. Nein, wo ist der Bambus? Bambi. Bambi. Guck mal. Cool, Mahmoud. Und guck mal, alles voll. I go in the ocean, look. Die... Die... Abaya Aswat Adi. Ufok... Ähm... European Fustan. Kedi. Fustan Bas. Shukran. Der hat ein Kompliment gemacht. Gute Abaya, sage ich. Das ist ein... Abaya und ein europäisches Kleid drüber. Das akzeptiert der nur, weil mein Mann da ist. Also mein Mann, meine ich, akzeptiert das nur, weil er sitzt ein super Freund. Ich will sein Bruder. Sonst sagt da keiner Kompliment. Oh, Bambus, bin ich aufgewacht und schnell mal Wasser getrunken. Ist das dein Kaffee? Ja. Ha, Baby. Guck mal. Die haben die Klimaanlage eingepackt, dass nicht Staub wird. Jetzt wird sie nicht mehr benutzt. Spinne die, ist ja noch heiß. Ihr habt noch... Guck mal, der sieht aus wie ein... Wie ein Truthahn, so groß ist er. Bis... Äh! Aber Gobi, was machst denn du hier draußen? Tust du kehren? Ich will auf die Leute und zurück in den Stall. Gobi! Heidenei! Ja, jetzt könnt ihr, gell? Also der hat nochmal die Erde abgetragen, wie ihr seht. Das müssen wir irgendwie hoch machen. Das wird er noch machen, ne? Ja, zu hochstecken, dass die sich hochhangeln. Und dann geht es bis rüber. Und später rüber hier und das rüber zur Schwiegermutter. Ja, das wird ein Riesending, inschallah. Gell? Buh! Wo ist der Kerle? Da in der Mitte ist der Mann. Buh! Der dudelt. Und die tun schön Sand baden. Ja. Und ihr habt zugeguckt, wie die Männer arbeiten. Kiki, hä? Und du? Wo ist das Chamäleon? Wieder die ewige Suche. Wo bist du? Oh, nee, du. Seht ihr? Ihr seht's bestimmt, gell? Ich bin blind. Ja, ah, da hängt er. Und ganz dunkel fällt es dir nicht. Ich ärgere mich schwarz in dem Käfig. Wieso? Junis hat ja Insekten gefangen. Die gibt's später. Ja. Jetzt gucken wir hier mal, ob alles gut ist. Und alles kontrollieren. Upsala. Eigentlich können wir hier aufmachen. Ach so, nee, der Bock. Oh nein, können wir nicht aufmachen. Gut, machen wir wieder zu. Okay, wo ist der Hass? Miau. Geh doch rein, Habibis. Manchmal denke ich, die wollen nicht reingehen. Nur wenn ich reingehe. Komm, geht, da ist doch Futter drin. Alles voll. Komm, Prinz. Schau. Alles voller Futter. Aho. Upsala. Jetzt trete ich noch auf die Viecher. Komm. Schön essen. Ja, heute habe ich hier nicht rausgekehrt. Hanoi. Und gestern auch nicht. Keine Zeit. Es war gestern so viel los. Karate. Der Stein raus. Der Bräutigam gekommen. Ah, ich muss euch da noch eine Geschichte mit der Schwiegermutter erzählen. Aber auf dem anderen Kanal. Das ist ganz witzig gewesen. Und dann mache ich noch ein paar Schwiegermutter-Stories dazu. Ja. Gut. Komm, Bambus. Komm, Habibi. Jonas wartet schon auf mich. Seine Schöne ist heute wieder im Gymnastik. Die, äh. Wer ist denn jetzt die richtige Schöne? Nee, das ist die richtige Schöne. Genau. Die Ex-Schöne haben wir ja gefilmt gehabt. Nee, er bleibt da. Mama geht. Geht mal schön fressen. Ich muss gehen. Ja. Und die, die, die Lehrerin da, die Gymnastik-Lehrerin. Das ist ja gleichzeitig auch die Karate-Lehrerin. Na, die kennt ihr schon. Die Miss Yara. Die liebt die Amina voll. Die hat sie umarmt. Na, du. Wie er da liegt, gell? Ja, Habibi. Und Mamina hat sie zurück umarmt. Könnte man verschneidisch werden als Mama. Geh? Also, nee. Nee, aber ich freue mich. Amina hat ja sowieso bei allen Lehrern ist die angesehen. Gut angesehen. So. Guck mal, der kleine Pupser ist draußen. Und ihr? Hier ist auch alles okay. Alles zu. Gut. Keine Katze drin hinter meinem Rücken. Da lebst du noch? Ja, alle leben noch. Komm. Ihr wisst, ihr dürft hier nicht rein. Das war früher euer Katzenzimmer. Jetzt ist es ein Hasenzimmer. Gut, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. Muss man jetzt das Kopftuch richtig nachbinden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, der Kerl. Na ja, gut. Hä? Ich wollte jetzt in den Gruppi rein. Wo ist schon? Ach, da bist du schon. Habibi, wie wartest du schon? Ja, ich trage dich jetzt rein. Na, endlich bin ich wieder in meinem Terrain. Gut, macht mal. Aha. Also, der Mahmoud, der Bananamann, so wird er genannt, hat mit meinem Mann hier das zusammen gemacht. Ah, die Mutter vom, die Mutter Hiller ist da. Gut, jetzt gehe ich rein. Mahmoud will den Baum hier weg haben, das wird nicht gut aussehen. Aber, das ist super. Okay. So, los geht's. In meinem German Dress und ägyptischer Abaya Yunis. Los geht's. Yalla Bina, yalla. Upsala. Herr Paris. Ja, I go and look now the Jumbas. And Halas. I come just in one hour later. Take care. Take care of this Kubayat. Yalla Bina. Guck mal, hier haben sie auch geputzt. Da ist auf die Tür. Ja, die können. Ja, Labina. Okay, dann machen wir gleich zu hinter uns. Die Katzen kommen hinterher, die können ja nicht mit zum Gymnastik. Ne, the cat's following us. Und ich habe die neuen Schuhe von meiner Mutter an. Moment. Einmal zeigen. Die sind super. Das vierte Mal oder so trage ich die schon. Die sind super bequem. Und heute kriegen sie den gelben Gürtel. Yay. Ich nehme keine Haltchen-Twelle. Nein, das ist erstmal Gymnastik. Da gibt es kein Gürtel. Erstmal nicht. Super. Mama, mach das auch mal ein bisschen hier so süß. Ja, nee, bestimmt nicht. Das tut man unter dem Wasser. Halt nochmal. Schau mal. Das ist das Halfbar. Oder wie das heißt. Hör mal kurz so. Nein, nein, jetzt riecht man nichts. Diesen Tee trinkt die Mama. Trank, trank, trank. Ja, ja. Das ist die Mausi. Das ist Üben, dass sie dann praktisch irgendwann von alleine nach hinten gehen kann. Da muss sie halt hundertmal so üben. Das sind die Klamotten für Gymnastik. Ja, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Leute, die können nicht mal ein Rad. Aber die können Spagat, die können Brücke. Nicht einfach nach hinten und wieder aufstehen. Aber nicht mal ein Rad. Ein ganz normales Rad. Und manche sind zwölf da. Ja, krass. Wir lernen das halt alles zu Hause schon mit Amina. Da war ich jetzt wirklich schockiert. Krass. Die können Sachen, was halt für ihr Alter nicht normal ist. Aber das stinknormale, was vielleicht schon Sechsjährige können, können sie nicht. Subhanallah. Ich gehe jetzt nach Hause. Verlass. So, jetzt will ich gerade mal gucken. Zwei Meter auf drei Meter. Ne, das ist so ein Pink. Ich wollte mir überlegen, ob ich jetzt so einen Teppich meiner Schwiegermutter wieder kaufe. Ich kaufe immer einen Teppich. Also das kostet 1100 Pfund. So 60 Euro, kann ich sagen. Ja, mal gucken, was mein Mann sagt. Also ich finde den gut. Den kann sie dann ins Wohnzimmer tun. Immer wieder. Passt auch zu ihrem Cannabee. Also ich habe jetzt den Urgroßvater von Boris gefunden. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch eine halbe Shirase. Guck mal. Wer bist denn du? Ein auch blind. Also, aber das ist ein Shirase. Rot, ganz alt. Ja, der gehört hier jemandem. Der darf jetzt gerade raus, wie ein Löwe. Krass. Oh, Bübel. Ja. So, meine Lieben. Also ich fand es jetzt wirklich cool, das Gymnastik. Ich habe es ja schon mal gesehen. Da bin ich hingegangen, um die Schöne vom Junis zu sehen. Aber jetzt habe ich mal ein paar Minuten mitgeguckt. Aber die haben Musik an. Das ist jetzt nicht so schön. Da bin ich wirklich an Kopfschmerzen gekriegt. Obwohl, ne, Jean-Paul haben sie gehört. Gar nicht so schlecht. Ja. Aber richtig gut. Und das ist natürlich auch für die Gelenkigkeit. Mausi ist total happy, ne. Weil die kann Sachen, die die anderen nicht können. Die ist total weit vorne. Natürlich kann sie nicht alle Sachen, die die können. Aber sie ist sehr ambitioniert, die Amina. Und die wird, ich sehe das auch, die muss immer vormachen. Die heute hat doch die erste Stunde und darf schon vormachen, was gemacht wird. Und immer vorne rennen mit. Und ja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, irgendwie kommt es immer mehr raus, dass meine Tochter, egal was sie macht, immer die Beste ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also subhanallah, mashallah, ala huma barik. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Ja, vielleicht weil sie alles Spaß macht, ne. Weil sie eben, wie gesagt, nicht in die Schule geht, sondern das, was sie macht, das will sie machen. Und das macht ihr halt Spaß. Das ist der Unterschied. Hat er mich gesehen? Ja, ich bin's. Ja, das ist sie. Hast mich nicht erkannt. Musste ich erst reden. Habibi, ist der süß. Guck mal, hier hat der Junge wieder gezündelt. Feuer gemacht. Da hat er jetzt wirklich vom Barber richtig Ärger gekriegt. Und zwar war, komm Habibi Bambi. Na komm, du hast die Mama begrüßt. Ja, das ist ein Verbrecher, der Kleine. Der geht in dieses Haus, in dieses Haus. Dann vorne in alle drei, vier Häuser. Jeden Tag ist er woanders. Gell? Oder besucht sie alle. Wo gehst du hin? Komm, jetzt geht er zu Dene. Ah. Salamu alaikum. Bambi, komm. La, lecker, lecker, komm. Pss, pss. Jalla. Ah, was willst du machen? So ist es. Guck mal, haben die viel Dreck rausgeholt aus dem Stall. Ja, das muss man halt immer wieder mal machen, gell? Ah, Maghreb. Mindi. Aschuruk. Assalamu alaikum. Seik. Amina, viel Jumbas. Oh, hallo Adi, Mabruk. Gedi de? Haa. Boah, fischiti, lissi. Ah. Ena, lillissi, gib shiti. Tied noise, klamotten. Mascha Allah, habebti. Zaiq. Si. Ota. Kullu gayina, schamsoti. Haa. Aschuruk. 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 Oh. Aschuruk. Raschuruk. Anno. Das ist schön. Das war's für heute. hoffentlich so jalla betty betty einer öfterl ferrutsch ist ein nehmil betty betty jetzt macht er nix ich zeige dir die hasenbabys jalla hush hush viel biert kullo ah hush eiwe eena gasih pussy di baba hewa haddi so ist ein nur aha odady bedl mish leazim a od arani bga hini a a a a hyahat a shan otta ekel a baby so fi hin na sinu no Ich werde das erste Mal machen und später dann noch mal. Ich werde das erste Mal machen. Sie sind die Mutter von diesem Mal. Ich werde das erste Mal machen. Hier ist der zweite Mal. Ich werde das erste Mal machen. Ich werde das erste Mal machen. Es gibt nur noch ein paar Sekunden. Hier ist ein paar Sekunden. Hier ist sie. Sie ist eine Frau von 3 Jahren. Sie ist schön. Sie ist eine Schmerz. Sie ist eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz. Sie haben eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz anzusehen. Hier ist sie eine Schmerz. Sie ist eine Schmerz. Sie sieht gräub. Ich will sie für sich. Sie ist ein Schmerz. Hier ist sie eine Schmerz. Sie sind eine Schmerz. Es ist ein kleiner, nur ein Baby. Es ist ein Nudel. Nein. Nein. Nein, es ist noch ein Kuckrad. Das ist gut. Jetzt gibt es 7, 5, 6, 7, 9 hier. Und das ist vielleicht ein Hammer. Nein, das ist eine Toilette. Nein, das ist nicht. Das ist auch hier. Eher die. Hä? Guck mal hier. Eher mein... Das kenne ich gar nicht, diesen Kacka. Wer war denn das? Ich habe meinen Armelt. Die mich betät Otter. Die Munkin Otter, die mich... Komisch. Schau ich da noch was? Oh, hier haben wir schon viel Ämter. Geil Baby. Geh? Ja. Das war's. Du hast gesehen? Das war's. Hier ist eine Ausstellung. Ich habe die Ausstellung. Ich habe die Ausstellung. Sie sind ein Tor. Das war's. Sie haben es gesehen. Und wo ist er? Ich habe den Abbauch gesehen. Hier ist er. Und hier ist er. Und hier ist er. Hier ist dein Lieblings. Hier ist er. Feroog. jetzt zeige ich ihnen noch das chameleon wieder auf dem anderen platz gucken wo das ist ein bisschen baum feno und hinkt an der Tür hier ist ein bisschen ist das? du wissen was das? nein es ist das eine Hörbe stimmt und die eine Ente sie sehen? das ist nicht die Tja kam die Ich habe keine Pfanne gekriegt Also sie haben einen Ballon Das weiß sie Das ist eine Hierher kommen die Kran-Wiese Nachteile die Beine und Geburt HiereniGA Die Kran-Wiese Hier 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 und dann zu platz gehört ihr gut mein lieben das aus dem video brinzgei bis die tage mein selimmer boy boy